Liebe Erdingerinnen und Erdinger, wir sind hier am Brezner Weg im Sportgelände der Spielvereinigung Altenerding, aber auch beim SEMS-Sportstadion. Und so wird jetzt mit den Thea-Maßnahmen an dieser Stelle das Finale gesetzt, um auch die Erschließung gesichert zu haben. Wir haben damit wunderbar angelegte Parkplätze, aber auch natürlich eine Erreichbarkeit für den Jugendtreff der Stadt Erding und die bestens angenommene Skateranlage. Über eine Million Euro hat hier der Stadtrat investiert und wir sind froh, dass wir hier termingerecht fertig werden. Ich denke, eine weitere wichtige Maßnahme, die Sportstätten und die Freizeitangebote in der Stadt Erding für unsere Kinder und Jugendlichen, aber auch für die ältere Generation auszubauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017